So Leutis und da sind wir wieder bei Let's Play Attack on Titan Wings of Freedom und ja, wir sind jetzt immer noch draußen und haben den weiblichen Titan getroffen und ja, wir wollen auch direkt weitermachen und beginnen mit einer Information zu Rainer Braun. Er absolvierte die Ausbildung der 104. Trainingseinheit als Jahrgangsweiter und musste sich nur Mikasa geschlagen geben. Er ist einer der wenigen Überlebenden eines Titanangriffs aus seinem Dorf im südöstlichen Bezirk von Mauer Maria und hofft eines Tages in seinen Heimatort zurückkehren zu können. Zusammen mit Berthold, einem anderen Überlebenden. Ah ne, zusammen mit Berthold, einem anderen Überlebenden. Er versteht sich hervorragend auf den Umgang mit 3D-Manöver-Ausrüstung und verfügt über eine beeindruckende Körperkraft. Zudem hat er ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein als Soldat, was ihn für die anderen Mitglieder der 104. besonders vertrauenswürdig macht. Okay, das ist der liebe Rainer Braun. Wir haben sie lange genug zurückhalten können. Trotzdem wären wir fast raufgegangen. Hm, das stimmt. Sieht schön aus hier draußen, ne? Guck mal. Das ist echt hübsch, muss ich sagen. Wahnsinn. Okay, hi. Denkst wie eine Kletteranirren, was ich irgendwie ekelhaft finde. Aber trotzdem wusste ich, dass du es drauf hast. Hä? Äh, danke. Du findest es ekelhaft? Wie gemein. Ha! Wie dem auch sei, du hast den Ansturm dieses Dings überlebt. Du solltest dich freuen, dass du überhaupt noch am Leben bist. Das stimmt allerdings. So, was ist das denn für ein Symbol? Ist das der Einkaufsding? Ach ne, Beschaffung. Okay, ihr könnt euch halt was beschaffen, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin so in sowas nicht immer so gut, wenn es Materialien geben muss, wofür man was kaufen muss, wenn man auch einfach was kaufen kann. Finde ich, ist das immer ein bisschen komisch. Und wir haben auch immer noch die besten Sachen. Was wir natürlich machen könnten, wir könnten sie verstärken, indem wir neue Sachen kaufen. Tiger Zero ist das Letzte, was wir jetzt hier haben. Bringt also an sich nichts. Jetzt, ähm, hier könnten wir die Blitzscheide als Basis und die verstärkte Scheide, ja, als Dingsbums halt. Und dann verstärken. Yes. Sehr schön. Und 3D-Manöver haben wir da zwei. Ja, haben wir. Okay. Seht mal, eigentlich, ähm, ist die doch besser, oder? Als der Pantherschweif. Aber ich glaube, ich habe mich extra dafür entschieden. Von daher nehmen wir weiterhin den Pantherschweif und rüsten damit aus. Und verstärken das Ganze. Sehr schön. So. Okay. Ah, wo war jetzt da? Okay. Hallo, Rainer. Wie geht's dir? Red mit mir. Irgendwie haben wir es vermieden, von ihr getötet zu werden. Armin, glaubst du, dass du, dass, dass Aaron im hinteren Zentrum der Formation ist? Ja. Wahrscheinlich haben sie ihn an der sichersten Stelle der Formation positioniert. Und das ist wahrscheinlich das hintere Zentrum. Verstehe. Ich frage mich, wie die Lage dort ist. Lass uns zuerst, vorerst zur Formation zurückkehren. Okay, klingt gut. Aaron, bitte sei in Sicherheit. Ach, dem wird's schon gut gehen, glaube ich. Auro Bossard. Ein Soldat im Aufklärungstrupp, der zu Levys Spezialeinheit gehört, erhält den Rekord für die meisten Titanunterwerfungen in seiner Einheit. Er verehrt Levi dermaßen, dass er dessen Sprechweise zu imitieren versucht, obwohl er dabei oft ins Stottern gerät. Oh ja, der, oh, gut. Ich frage mich. Das war's für mich. Wenn man sich das sehen kann, dann... Es ist ein Moment! Das war's für mich. Ich bin der Fall. Das war's für mich. Das war's für mich. Okay, Augen nach vorn und sprinten. Soll ich jetzt nicht helfen? Okay. Ich weiß halt nicht, wir sollten doch eigentlich auf dem Fuß bleiben, ne? Aber jetzt sieht's mir sehr danach aus, als wenn wir, ähm, als wenn wir die Jinger besiegen sollen. Also ich weiß nicht, also irgendwas ist hier seltsam. Da ist auch einer. Okay. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass Ehren halt nicht stirbt und gleichzeitig nach vorne schreiten. Okay. Das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Es ist anders als im Anime, tatsächlich. Macht weniger Sinn, dass wir hier so viel herum dingsen. Weiblicher Titan ist erschienen. Okay, wir sollten weiter. Wir sollten weiter, wir sollten weiter. Komm, 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 komm. Und dann einmal hier, bitte. Zack. Komm, 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 komm. Zack. Und den nächsten, den nächsten, den nächsten, den nächsten. Noch scheiß Baum. Warum ist da ein scheiß Baum im, 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 im Dings? Den kann keiner gebrauchen. Sehr schön. Er ist nicht tot. Warum nicht? Oh, fuck. Oh, Mist. Aber ich glaube, er wurde gerettet, aber trotzdem. Ach, da hätte ich früher aufpassen müssen. Da hätte ich aufpassen sollen. Auro, wir haben fast nicht tötet worden. Okay, komm, 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 komm. Na los, besiegt ihn doch jetzt. Na also. Okay, und jetzt noch den. Zack. Okay, sehr schön. Ich habe mir, wo der weibliche Titan hin ist. Der war doch so nah dran. Aber irgendwie ist der nicht, äh, wohin müssen wir. Ach, da hin, okay. So. Kein Problem. So, wir bewegen uns mal weiter und greifen den schon mal an. Zack. Sehr schön. Und wieder zum Ziel. Wo ist das Ziel? Schwertchen. Okay, sehr schön. Also, wir kommen gut voran. Das finde ich interessant. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn wir einfach uns nur hätten bewegen müssen. Okay, weibliche Titanen wurde aufgespürt. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ist ja auch erstmal egal. Wir laufen weiter. Okay. Komm, wir laufen weiter. Wir laufen erstmal weiter. Also, hier sind keine Titanen. Also, keine, keine, die uns verfolgen. An sich. Wir werden wahrscheinlich eine bessere, eine schlechtere Dings bekommen. Ja, das Ziel sagt, wir sollen da hin. Warum? Warum? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Warum sollen wir hier her? Verstehe ich nicht. Komisch, oder? Eigentlich ist es doch komisch, dass wir jetzt mitten in den Wald rein sollen. Anstatt, dass wir, äh, dass wir einfach weiter fahren. Komisch. Okay, wo ist mein Pferd? Da. Okay. Beziehungsweise die Titanen und meine sichere Route. Okay. Ja, aber an sich waren hier gerade keine Titanen. Also, also eigentlich war es hier sicher. Nur, ihr habt es unsicher gemacht, indem ihr auf uns gewartet habt. Aber gut. Dann machen wir das halt jetzt und reifen wir sich vielleicht auch an. Okay. Macht er jetzt das scheiß Baum. Zack. Getroffen. Und Zack. So, das muss es gewesen sein. So, ich denke nicht, dass hier noch viel mehr Titanen sind. Tatsächlich. Ich denke, dass wir jetzt weiter können. Auf geht's. Weiter, weiter, weiter. Ich habe mich fast da hinten so wütend. Komisch. Okay, der weibliche Titanen kommt näher. Wir müssen uns beeilen. Nicht zum Baum. Oh, was war das denn? Ah, eine Bombe. Okay. Oh, mein, mein. Dings ist leer. Nachfüllen, bitte. Und nachfüllen, bitte. So, und dann weiter. Zack. Oh, der hat seine Klingel nicht gewechselt. Aber kann einer Luft machen, ne? Ja. Okay, sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Pferdchen, wo bist du? Ach, der weibliche Titanen kommt immer näher. Wir müssen echt... Eren bewegt sich nicht mehr. Warum nicht? Warum bewegt sich Eren nicht mehr? Wir haben nicht ewig Zeit hier zu verflämpern. Wo ist mein Pferd? Pferd? Da. Wo ist Eren? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist Eren? Eren, was machst du denn da hinten, Mann? Der weibliche Titanen ist fast da. Och, ey, ist der dumm. Das darf nicht wahr sein, ey. Wegen einem Titanen jetzt, oder wie? Und da hinten ist schon der weibliche Titan. Komm! Geh doch da drauf, Mann! Nein! Oh nein! Der weibliche Titan kommt näher. Warum bewegt sich der Arsch auch nicht? Wir haben es nicht geschafft, oder? Ne, wir haben es nicht geschafft, oder? Weil wir waren ja nicht oben beim Ziel. Was ist der weibliche Titanen? Ja, wer ist der weibliche Titanen? Oh. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh. Oh. Juhu! Das ging relativ flott. Und wir haben trotzdem noch ein A erhalten. Klar, Unterwerfung war nicht so viel wegen den ganzen Titanen. Aber ich denke, das war noch in Ordnung an sich. Okay. Ich denke, ein A ist noch in Ordnung gewesen. Ja, doch. Doch, doch, das war in Ordnung. So, wir machen mal weiter, weil der Part ist eh noch nicht so lange. Wir gucken mal weiter. Baumriesenwald. Gruppen riesiger Bäume, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der Mauern zu finden sind. Sie sind in bestimmten Gebieten heimisch und können bis zu 80 Meter hoch wachsen. Es ist nicht bekannt, warum diese Bäume so hoch sind. Es wird vermutet, dass es mit der örtlichen Geologie zusammenhängt. Vor dem Fall der Mauer Maria waren sie ein beliebtes Ziel für Touristen. Doch nun stehen sie einsam da. Vom Aufklärungstrupp werden sie bei Expeditionen als wichtige Außenposten genutzt und dienen als Versteck vor gefährlichem Titan. Okay. Oh, sind wir der Armin? Okay. Ich hoffe, Ehren ist in Sicherheit. Ach, das wird er schon. Was um alles in der Welt haben wir in diesem Wald zu suchen? Ich hatte damit gerechnet, dass man uns den Rückzug befehlt. Ja, wahrscheinlich ist die Formation wegen der tobenden Titan auseinandergebrochen. Hält der Kommandotrupp diese Operation noch für durchführbar? Und selbst wenn, finde ich diesen Befehl ziemlich seltsam. Hm. Der Baumriesenwald? Was machen wir an einem Ort für Touristen? Anscheinend sind wir nicht in der Nähe unseres ursprünglichen Ziels. Keine Ahnung. Aber so lautet ja die Befehle von Kommandant Erwin. Ich bin sicher, dass alles Teil seines Plans war. Und was für ein Plan soll das sein? Will er hier eine Willkommensfeier für die Neulinge abhalten? Hm. Hi. Wir kennen die Lage nicht, aber wir haben unsere Befehle. Also sollten wir sie durchführen, oder nicht? John scheint mit den Befehlen des Kommandotrupps nicht einverstanden zu sein. Aber wir können doch nicht einfach tun und lassen, was wir wollen, oder? Hinter unseren Befehlen steckt bestimmt ein größeres Ziel. Davon gehe ich aus, liebe Christa. Christa, Christa, Christa. Und wir gucken einfach mal. Wir werden mit gezogenen Klingen in den Bäumen warten. Wenn Titanen versuchen, in den Wald einzudringen, werden wir sie aufhalten. Hä? Was genau? Halt die Klappe! Folgt den Befehlen und sei jederzeit kampfbereit. Ja, jawohl. Bealtet die Umgebung im Auge. Okay. Sascha, aber raus. Als Absolventen der 104. Trainingseinheit war sie Jahrgangs 9. Direkt hinter Conny. Sie stammt aus dem Dorf Daupa im südlichen Bezirk von Mauer Roos, wo sie als Jägerin im Wald lebte. Dank ihres Hintergrunds verfügt sie über eine Art von animalistischer Intuition, ist aber nicht das, was man teamfähig nennt. Aus unbekannten Gründen ist sie immer sehr höflich, selbst zu den anderen Kadetten. Sie scheint ein besonders enges Verhältnis zur Nahrung zu haben und lässt sich nicht einmal durch Vorschriften und Richtlinien von Essen abhalten. Hatten wir das nicht schon mal? Was ist das? Was ist das, was der wirkliche Ziel? Der Mann sollte sich mehr Menschen in den Krieg erzählen. Ich glaube, dass ich nur noch mehr Menschen in den Krieg geholfen habe. Nein, der Mann ist nicht falsch. Ich glaube, dass ich das sehr gut bin. Ich habe es nicht lange, aber ich habe das Gefühl, dass ich etwas zu ändern. Wenn man die Menschen in die Welt zu retten kann, dann wird das Einwander nun auch gewartet. Wenn man die wunderschön mag, dann kann man die Menschen nicht mehr öffnen. Wenn man die Menschen in die Welt verleten kann, dann kann man die Menschen nicht mehr öffnen. Ich werde es nicht mehr öffnen. Okay, auf geht's. Die Mission machen wir noch. Es wird bei mir wohl ein längerer Part. Okay, am Eingang zum Wald. Wir sollen die Titanen stoppen. Machen wir doch mal. Okay, gut, mach ich. Du bist mir zu nah. Kamunda, jo. Oh, zack, sehr schön. So, ich denke mal, ganz ehrlich, mein Pferd brauche ich hier nicht teilweise. Obwohl doch, ich denke, obwohl doch. Ey, was machst du denn hier? Kleines Mistvieh. Ist ja wohl nicht wahr. Der Rauchsignal gesichtet, das machen wir gleich. Und, zack. Oh, Armin macht halt überhaupt keinen Schaden an sich, ne? Also sein Schaden ist echt sehr, sehr begrenzt. Aber gut, schaffen wir's schon. Und, zack. Von oben müssten wir eigentlich mehr Schaden machen, oder nicht? Gieß das nicht? Sturzangriff hier von oben macht mehr Angriff? Warum geht das nicht? Sexy Ass übrigens. Das dauert echt lange. Wir hätten uns Teammitglieder holen sollen. Wir hätten uns Teammitglieder holen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen. Aber gut. Kann man jetzt nichts gegen tun. Ähm... Wo ist mein Pferd? Da. So. Dich besiegen wir noch und dann gehen wir mal zu Christa. So, bleib hier. Arschiges Vieh. Du hast ja auch nicht so viel Energie, zum Glück. So. Auf geht's nach Christa. Warum ist die so weit hinten? Was macht sie da bitte? Und wie komm ich da hin? Ah, okay. Wir können da so hoch springen, okay. So. Christa, was ist denn hier los? Was machst du hier? Oh, zwei abnormale. Okay. Ich kann verstehen, dass du hier vielleicht ein bisschen... Ach, fick dich. Weg mit dir. So. Okay. Komm, 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 komm. Und zack. So, John, haben wir schon mal... als Mitglied. Das ist schon mal gut. So, dann haben wir gleich auch Christa. Und zack. Sehr schön. Gucken wir mal. Befehle. Äh... Bewachen. Nee, Ausschwärmen. Nee, Befehle. Mal das. Sehr schön. So. Okay, Rauchssignal wurde bestätigt. Äh, Yamiya hat auch Probleme. Okay, dann helfen wir ihr auch. Ich hoffe einfach mal, dass die anderen da hinten klarkommen, ne? Wir versuchen uns hier mal zu beeilen. Damit wir die Mission schaffen und natürlich die Hauptmission. Wäre ziemlich scheiße, wenn wir das nicht schaffen. Warum helfen die mir nicht? Sieh mal, Levi's Trupp macht das immer viel besser. Ah, jetzt. Okay. Man muss A drücken. Wie dumm ist das denn? Okay. Ja, mir ist das Team beigetreten. Sehr schön. Steig auf das Pferd. Wo ist meins? Okay. So, wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder zurück. Ja, danke. Ach, Rauchsignal gesendet. Okay, gut. Ist nicht hier Titan gerade? Nein. Okay, dann werden wir jetzt zu Rainer gehen. Und dort mal schauen, was dort los ist. Oder hier, komm mal. Ausschwärmen. Tut mal ausschwärmen. Bleibt mal irgendwo dort. Und guckt einfach mal. Die bleiben trotzdem. Die folgen mir trotzdem, oder? Die sollen mir nicht folgen. Die sollen ausschwärmen. Falls da Titan... Da hinten ist übrigens ein Titan. Gefallen sogar jetzt schon einer. Also einer von uns. Ist nicht so clever, dass die nicht ausschwärmen jetzt. Aber gut. Komm, komm, komm. Muss halt auch immer ein Dings haben, zu sehen, ob da jemand gefangen ist. Oder so. Das wäre halt nicht so clever, wenn er jetzt mit jemand gefangen ist. Und gleich gefressen wird. Da muss ich ja schon ein bisschen drauf aufpassen. Komm schon. Da, SOS. Rainer. Komm schon. Komm, lass ihn los. Hab ich es geschafft? Ist er losgelassen worden? Komm. Komm einfach mal. Komm. Komm, 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 komm. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Wir brauchen ein bisschen extra Power. So, Nacken. Und Attacke. Ich glaube, der ist tot, oder? Ja, ich glaube schon. So, dann einmal hier. Hier war auch gerade jemand gefangen, aber ich glaube, das ist schon vorbei. Zack, sehr schön. Okay, gut. Wir machen, wir machen unseren Job ganz gut gerade. Komm, steck aufs Herz. Jetzt. Okay. Rainer. So, hier sind jetzt keine mehr. Aber hier irgendwo sind noch welche. Da ist einer. Und vorne ist auch noch einer. Obwohl, ich glaube, vorne ist ein Titan, oder? Da blinkt irgendwie sowas komisch. Okay, wir gehen gleich mal nach vorne und gucken. Sobald wir Zeit dafür haben. Zack, zack, zack. Okay. Sehr schön. Pferdchen. Wo ist mein Pferd denn schon wieder hin? Oh. Das ist immer zu selten da. So, wir gehen nochmal gucken, ob jetzt da oben wirklich im Titan schon vorne an der Angriffsstation ist. Aber seht ihr, die blinkt so rot. Also, die blinkt nicht rot, aber die ist... Oh ja, da ist einer. Okay. Okay, okay, okay. Komm, 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 komm. Das schaffen wir. Wir wollen keine dieser Stationen verlieren. Also, ich zumindest jetzt nicht. So, dass da irgendwie Verteidiger sterben. Okay, komm, 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 komm. Zack. Und... Zack. Ja, mach nicht so viele Geräusche, du ekeliger Titan. Geh weg. Sehr gut, okay. Mission erfolgreich. Okay. Dann müsste jetzt ja die letzte Dingsbums kommen, oder? Okay. Es ist nicht die letzte Aufklärungsdingsbums. What? Bereit das Abfangmanöver vor, bevor die Titan angreifen. Abfangmanöver? Was ist denn das Abfangmanöver? Was für ein Abwehrmanöver? Ich weiß nicht, was das ist. Aber gut, wir machen jetzt einfach hier erstmal ein bisschen Leute fertig und hoffen, dass das das Abfangmanöver ist. Dass wir einfach, äh, die Titanen besiegen. Oder was, was meinen die mit Abwehrmanöver? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist das Problem. Oh. Ach, Abwehrmanöver, Abwehrmanöver, Abwehrmanöver. Also, fallenbereit. Okay. Okay. Sascha hat Fallen aktiviert, um das natürlich so aufzuverteilen. Okay, wir sollen also anscheinend einfach nur den Leuten hier helfen. Oh, Mikasa hat Probleme, okay. Und noch ein Raussignal. Okay, komm, wir machen beide. Oh. Verteidiger, okay. Ja. Lass ihn los. Sehr schön. Zack, 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 zack. Zack. Und. Zack. Und. Zack. Sehr schön. Jetzt noch den Kleinen hier. Sehr gut. Ich brauche bald neue Sachen. Und wir haben keine mehr, oder? Doch, wir haben noch. Okay, wir haben noch, wir haben noch, wir haben noch. Fallen bereit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Dann mal weiter. Ach, das ist aber echt cool. Und ich muss halt immer noch sagen, jetzt, umso mehr ich spiele, ne, ich, Hyrule Warriors und sowas, das kann man damit gut vergleichen. Aber ich finde es um einiges gelungener. Es ist viel mehr, ähm, man fühlt sich nicht so extrem eingeengt und durch so viele kleinen Mini-Dungeons quasi. Und ich finde, es ist auch alles etwas, ähm, es fühlt sich realistischer an. Also ich, ich kann das schlecht beschreiben, aber ich finde, es fühlt sich realistischer an. Und es macht einfach mehr Spaß. Ich wünschte mir halt nur, wie in Hyrule Warriors, einen, einen richtigen Koop. Ne, es gibt zwar einen Koop, du kannst Nebenmissionen zusammen machen. Aber ich wünschte mir, dass es hier einen Koop geben würde, das man halt mit zwei Leuten spielen könnte. Das ist für mich der ganz große Negativpunkt in dem Spiel. Okay, das hätte wirklich dabei sein müssen. Wenn das dabei gewesen wäre, das wäre Wahnsinn. Aber ist leider nicht dabei. So. Komm. Zack, 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 zack. Und. Zack. Und. Oh. Hast du ab, wie das Geräusch gehört? Ne. Und. Zack. Sehr schön. So, da ist irgendwo noch einer. Da. Was macht der denn? Der läuft gegen die Wand. Ah, bist du dumm? Sehr schön. Okay. Komm, steck auf mein Pferd. So, Fallen sind auch hier bereit. Wir haben noch zwei Minuten. Wie viele Fallen müssen wir denn noch? Okay, Fallen sind bereit. Also ich denke, wir haben alle Fallen. Wir haben es geschafft. Glaube ich, oder? Nein, da hinten ist noch eins. Okay. Komm, das schaffen wir auch noch. Wir haben noch zwei Minuten. Kann ich da irgendwie hoch? Ja, okay. Hier kann ich hoch. So, dann machen wir das hier noch. Wir haben noch eineinhalb Minuten. So ziemlich. So rundherum geschlagen quasi. So, sehr schön. Ja komm, so geht das schneller. Das geht so viel schneller. Und zack. Das hätte viel... Das finde ich hätte mehr Schaden machen können. Ich hatte so viel Speed drauf. Das hätte wirklich mehr Schaden machen können. Komm, weg da. Wir haben noch eine Minute Zeit, um das zu schaffen. Und wir müssen zwei Titanen hier bewegen. Ach, die dumme Kirchturmspitze. Los, los, los. Und zack. Und zack. Sehr schön. So, wer hat das Hilfe? Also eins können wir eventuell noch schaffen, wenn es noch irgendwo ein Rauchsignal ist. Ne, Mission erfolgreich. Sehr schön. Dann müsste jetzt eigentlich die letzte Dingsbums kommen, oder? Okay, ich hab's aufgenommen. Sehr gut. Wo müssen wir hin? Die Zeit. Warum ist die Zeit denn immer noch nicht? Warum passt das denn noch nicht? Warum ist die Zeit immer noch so kacke? Warum? Warum, 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 warum? Muss ich wieder zurück? Kann das sein? Dass ich in der Zeit auch wieder zurück muss? Weil das wird knapp. Weil ich kann nicht Ewigkeiten sprinten. Oder ich weiß es halt nicht, ne? Ob das jetzt irgendwie... Eigentlich müsste es schon geschafft sein. Eigentlich hatten wir es schon geschafft. Komisch, 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 komisch. Ich dachte eigentlich, es ist geschafft. Aber wir haben es, glaube ich, auch geschafft. Also ich wüsste jetzt nicht, warum wir es nicht geschafft haben sollten. Die Fallen sind alle aktiv. Es sind keine weitere. Okay. Ja, aber Fallen sind ja aktiv. Also... An sich sollte das meiste geklappt sein. Oder? Da kommen welche. Der dann in die Falle reinlaufen würde, zumindest. Hindere das Eindringen der Titanen vor dem Zeitablauf. Okay. Okay, okay. Also diese schwarzen Teile hier. Aber wir haben ja Fallen aufgestellt. Die müssen ja auch was bringen, oder? Ich denke, wir müssten auch was bringen. Okay. Sehr schön. Zack. Und... Zack. Und... Ich muss meine Klingen wechseln gleich. Und mein Gas auffüllen. So, komm. Auffüllen, 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 auffüllen. Auffüllen, 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 auffüllen. Uh, das wird ein sehr, sehr langer Part. Weil wir hatten noch nicht mal die finale Dingsbums. Okay, hier haben wir alle, ne? Ich glaube, hier haben wir alle. So, also Sprinten nach vorne. Sehen wir mal, es sind auch noch drei. Ich glaube, die Fallen haben wirklich geholfen. Da ist keiner mehr, ne? Ne. Ich denke, die Fallen haben wirklich geholfen. So, hier sind noch zwei. Ja, doch. Die Fallen haben definitiv gefangen. Es waren viel, viel mehr. So, vielleicht laufen die ja auch noch in Fallen rein. Das wäre zumindest sehr schön. Zwei sind auf jeden Fall noch da. Drei sind sogar noch da entfallen. An sich. Ja, komm, geh runter da. Hallo. Oh, es geht nicht. So. Und zack. Ja, nee. Du kriegst mich nicht, du hässliches kleines Vieh. Zack. Okay. Und. Zack. Und. Oh, komm, der ist doch in eine Falle reingelaufen. Warum, warum passiert nichts? Der ist doch mitten in einer Falle drin. An sich. Also, nicht ganz, aber. Ich denke, jeder das zählen müssen. So, das müsste jetzt eigentlich geschafft sein, oder? Pferdchen. Hallo, wo ist mein Pferd? Da. Okay, okay, okay. Verhindere das Einringen des Viehs an. Habe ich doch. Oder? Ach, bis die Zeit abläuft. Okay, also ich muss weitermachen. Gut, dann gehen wir jetzt zu dem hier. Weil. Es ist keiner mehr in der Nähe sonst. Zumindest keiner, den ich sehe. Ich hoffe, ich übersehe jetzt halt auch keinen. Wäre halt ziemlich kacke. So. Wir könnten an sich noch weiter gehen und die hier besiegen. Die hier sind irgendwo. Obwohl das eigentlich keinen Sinn macht. Weil wenn die jetzt hinten irgendwo auftauchen, bin ich voll weit weg. Aber wir besiegen ihn einfach mal. Zack, 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 zack. Und dann kriegen wir wenigstens auch wieder ein S. Oder höchstwahrscheinlich zumindest. So, sehr schön. Mein Pferd ist in letzter Zeit immer da, wo ich es brauche. Da ist noch einer. Witzig, wenn wir alle Titanen auf der Map besiegen, ne? An sich könnten wir das sogar schaffen von der Zeit her, ne? Wenn wir uns beeilen, wäre das gar nicht ein Ding der Unmöglichkeit. Oh, der Part wird lang. Also ich denke, der wird 40 Minuten. Pferdchen! Danke. Da hinten ist noch einer, aber es sind auch welche bezwungen. Okay, dann gehen wir immer da hin. Wir sollten dann auch nicht zu weit weg sein. Weil wenn da jetzt irgendwelche auftauchen brauchen, weil Ewigkeiten müssen, wenn wir wieder da sind. Das ist auch nicht gerade clever. So, ich würde auch sagen, nach dem gehen wir wieder nach vorne. Weil unsere Aufgabe ist ja nur, die Leute, also die Dinger vom Wald eindringen, zu verhindern. Und nicht das ganze Gebiet zu reinigen. So, Pferdchen, sei bitte genau da, wo ich dich haben will. Pferdchen! Pferdchen! Danke. Okay, wir gehen mal wieder zurück. Und die 5 Titanen lassen wir einfach mal Titan sein. Und reiten schon mal zurück. Füllen unsere Klinge mal auf. Und unser Gas. Das ist echt clever, dass wir jetzt viel, viel mehr tragen können. Das macht echt schon einen Unterschied. So, gefallen. Ja, ist nicht so schlimm. Wie gesagt, das lassen wir da hinten. Ähm, ja. Weil das hätte ja mit der Zeit wahrscheinlich auch doch nicht ausgereicht. Wir hätten wahrscheinlich nur noch 3 besiegen können. Und dann wären wir ganz hinten gewesen für die Finale, Dingsbums. Das ist auch nicht so clever. So, okay. Hier können wir noch anwerben. Das brauchen wir an sich eigentlich nicht. Ich würde ganz gerne noch... Was ist hier los? Was ist hier los? Was? Warum? Warum sagt mir das keiner, dass hier total viele Titanen sind? Wie gemein. Ah, wir sind trotzdem erfolgreich. Okay, weil sie sind ja nicht in den Wald eingedrungen, aber... Trotzdem. Das hat man gar nicht gesehen, dass hier welche waren. Das ist ja unfair. Er hat dich gesehen. So. Zack. Und zack. Ah, falsche Seite. Und zack. Sehr schön. Mal ein bisschen Energie aufnehmen. Und dann zu dem großen Titanen. Hier waren keine mehr, ne? Ne, okay. Und zack. Und... Komm schon. Armin macht aber auch echt wenig Schaden. An sich, ne? Also echt schon sehr, sehr wenig. So, wir wollen natürlich... Kein... Durchlassen. Aber ich finde, ich werde besser im Camp. Und trotz allem. Nein, nein. Den kleinen, bitte. Na los. Zack. Nein. Oder meinetwegen doch. Erstmal die Beine damit, dass ich mich nicht mehr so schnell bewegen kann. Komm schon. Oh, diese dämlichen Zäune. Ne? Das ist... Die sind immer im Weg. Das ist halt eine clevere Taktik. Immer so hin und her. Bei den Beinen. Also quasi danach Gas geben. Und dann anzugreifen. An sich ziemlich clever. Okay. Der ist erstmal ein bisschen, äh... Ein bisschen beschäftigt. Dann können wir uns erstmal um den... Großen hier kümmern. Können wir auch wenn wir da helfen, ne? Das finde ich gar nicht schlecht. So. Gehe hier zum Beispiel auf das Bein. Alle zusammen, bitte. Nein. Befehle. Genau. Alle auf den. So. Ich muss meine Kling gleich wieder wechseln. Aber wir besiegen jetzt erst das Bein. Komm, 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 komm. Yes, sehr schön. Okay. Und Kling wechseln. Oh, ich hab auch kein Gas mehr. Sollte ich mich auch drum kümmern. Aber... Das ist jetzt erstmal egal. Können wir uns erstmal um die Hände. Gas ist erstmal... Nicht ganz so wichtig. Obwohl wir brauchen mehr Geschwindigkeit. Okay, wir brauchen definitiv Gas. Äh, hier. Einmal bitte auffüllen. Danke. Und dann einmal auffüllen. So. Jetzt bist du dran. Du kommst nicht in den Wald. Zack. Und... Zack. Und... Zack. Sehr schön. Okay. Ne, Nacken noch nicht. Da schützt der sich ja eh. Äh... Linker Arm. Befehle. Und... Yes, sehr schön. Okay. Das mit den Befehlen, äh, hab ich jetzt so richtig verstanden, ne. Also jetzt weiß ich, wie das geht. Ich kann dir halt alle sagen... Also man muss wirklich A drücken. Damit sie das machen. Und das wechselt dann auch manchmal. Also ich kann dir nicht immer Befehlen geben, ne. John kann ich zum Beispiel jetzt schon wieder Befehle geben. Aber den... Jetzt, äh, hier, ja mir kann ich wieder. Und geschafft. Sehr schön. Mission erfolgreich. Sehr gut. Und wir sind bei den 40 Minuten angekommen. Oh mein Gott. Und da ist der weibliche Titan. Man hört zumindest ein bisschen was vom weiblichen Titan. Was ein Schrei. Und da ist der weibliche Titan. Ja, du sollst sie aufhalten. Ja, du sollst sie aufhalten. Das sind aber so viele. Ja, du sollst sie aufhalten. Ja, du sollst sie aufhalten. Das sind aber so viele. Das sind aber so viele. Das sind aber so viele.